Jedes große Unternehmen hat ein Data Warehouse, häufig noch On-Premise und in gewachsenen Strukturen. Doch dann treten die Probleme auf. Die Beladungszeiten sind lang, die Datenmengen sind zu groß und die Datenaktualität ist immer von gestern. In diesem Video zeige ich dir, wie wir ein Streaming Data Warehouse aufbauen mit SQL in Databricks. Bevor wir in das Beispiel einsteigen, wie wir das Data Warehouse aufbauen, lasst uns ganz kurz auf die Schwächen von klassischen SQL Data Warehouses eingehen. Insbesondere ist die SQL-Sprache dafür geschrieben, in Stapel- oder Batch-Verarbeitung Daten von A nach B zu kopieren und diese zu transformieren. Und es ist eigentlich nicht dafür gebaut, Datenströme, also kontinuierliche Datenströme entgegenzunehmen und diese inkrementell weiter zu verarbeiten in die nächste Schicht. Hier hat jetzt Databricks eine wirklich coole Erfindung auf den Markt gebracht, die Delta Live Tables, kurz DLT. Diese sind in der Lage, SQL-Befehle zu benehmen, aber den Datenstrom als Stream entgegenzunehmen und so die Datenaktualität deutlich aktueller zu halten und trotzdem noch den klassischen Datenbankprinzipien wie zum Beispiel Asset Transactions zu entsprechen. Das Coole daran ist, dass man kein erfahrener Pi-Spark- oder Spark-Skala-Experte mehr sein muss, um Streaming Daten zu verarbeiten. Man kann also mit seinem SQL-Know-how relativ schnell in die DLTs einsteigen und die Mehrwerte so nutzen. Die DLTs haben noch viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel ein automatischer Backfill oder das Handling von spät ankommenden Daten. Aber ich möchte gar nicht mehr so tief darauf eingehen, sondern ich möchte jetzt gerne mit euch in dieses Beispiel gehen. Wir bauen jetzt das Data Warehouse direkt in Databricks. Super, dann lasst uns direkt starten mit unserem Beispiel. Wir sind jetzt in Databricks in unserer Entwicklungsumgebung und wir haben das Warehouse-Example hier schon geladen. Lasst uns ganz kurz über die DLT-Syntax sprechen. Im Grunde gibt es zwei Sachen bei den DLTs. Es gibt einmal die Tabellen und die Views und die werden immer mit dem Schlüsselwort Live sozusagen deklariert. Also ihr seht schon hier unten in dem ersten Statement haben wir Create Streaming Live Table. Anstatt zu sagen Create Table, sagen wir halt Create Streaming Live Table. Oder wenn wir eine View erzeugen würden, würden wir sagen Create Live Table und dann den Namen. Und wir haben schon das erste Konzept. Wir werden die Daten jetzt einlesen und dann durch unterschiedliche Schichten in unserem Warehouse ziehen. Das heißt, wir haben hier eine ganz normale Multi-Hop-Architecture, ein Layer-Konzept. Und wir fangen an bei einer Staging Area. Hier in Databricks nennt man das häufig Bronze. Und wir laden die Daten, die jetzt in unserem Cloud Storage schon liegen, ein über ein Konzept, das nennt sich Autoloader. Da ist Databricks in der Lage, die Daten, die da als CSV liegen, hier haben wir das schon definiert, als CSV liegen, die einfach einzulesen und das Schema einzulesen und zu bestimmen. Das können wir jetzt hier auch mal machen. Und wir sehen, dass wir hier zumindestens mal schon mal das Schema inferiert bekommen. Wir haben hier noch einen Kommentar angegeben. Wir haben noch einen Qualitätsmarker hier gesetzt, einen Kommentar, dass es eine Bronze-Tabelle ist. Einen Kommentar haben gegeben, dass diese Daten von der Landing Zone halt in den Bronze-Layer reingeschrieben werden. Und wir selektieren alle einzelnen Spalten. Und wir sehen jetzt hier, welche Spalten da so drin sind. Also eine Date-ID, ein Date und wir haben schon auch die richtigen Datentypen hier eingelesen. Und in unserem Warehouse haben wir jetzt so ein klassisches Sales-Warehouse, was wir hier als Beispiel nehmen. Also wir haben Verkäufe, wir haben Kunden, wir haben Produkte, wir haben Stores und wir haben halt diese Zeitdimensionen. Wir bauen daraus dann noch ein paar Fakten-Tabellen. Wir lesen auch hier diese Kundentabelle ein. Auch hier werden wir den Header mit einlesen und die unterschiedlichen Datentypen inferieren lassen. Das Gleiche machen wir für die Produkt-Tabelle, für die Store-Tabelle und auch für die Sales lesen wir das einfach ein. Und dann würden wir auch schon in den nächsten Step kommen. Wie ihr seht, führen wir jetzt hier eigentlich gar nichts aus, sondern wir definieren erstmal unsere einzelnen Schritte, die dann später in der Pipeline sozusagen laufen. Man kann jetzt hier interaktiv entwickeln, aber die Pipeline läuft dann später hier in diesen DLTs. Und wir schauen uns jetzt das nächste Layer an, das ist das Silber-Layer, wo wir unsere Insights machen für die Fakten-Tabelle. Unsere Dimensionstabellen werden wir als SCD2 historisieren, was hier in Databricks sehr einfach ist. Vielleicht nochmal so als Grundlage, wir haben jetzt hier keine Surrogate-Keys, die wir anlegen. Normalerweise würde man wahrscheinlich Surrogate-Keys anlegen in so einem Data Warehouse und mit Lookup-Tabellen dann die Fakten-Tabellen befüllen. Wir werden das jetzt hier der Einfachheit halber mal nicht machen. Wir schauen uns jetzt hier an, wie wir insbesondere in diesem Step 2 die Datenqualität erhöhen können in unseren Silber-Tabellen und die SCD2 historisieren machen können. In den Delta-Life-Tables haben wir die Möglichkeit, die Qualitätssicherung über sogenannte Constraints sicherzustellen. Wir können auf den Tabellen unterschiedliche Constraints festlegen, wie zum Beispiel, dass ein bestimmter Key nur nicht 0 sein darf oder nur einmal in dem Datensatz vorkommen darf. Oder, dass bestimmte Ranges von Werten in den Spalten eingehalten werden dürfen, dass zum Beispiel jemand nicht 200 Jahre alt sein darf. Und dann, dass dieser Datensatz entweder gedroppt wird oder sogar der ganze Prozess angehalten wird. Und so schaffen wir es, die Qualität in unseren Tabellen aufrechtzuerhalten, dass wir das auch monitoren können. Und zum Beispiel diese Datensätze, die nicht unseren Qualitätsanforderungen entsprechend in eine Quarantäne-Tabelle packen und die dann später gesäubert wieder in unsere eigentliche Tabelle integrieren können. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Silver-Tabelle für unsere Kunden definiert wird. Wir sagen auch hier wieder Create Streaming Live Table Silver Customer und wir setzen jetzt hier die angesprochenen Constraints drauf. Das heißt, wir haben ein Constraint, ein relativ einfaches Constraint für die Kundennummer, die in dem Fall halt nicht 0 sein darf und sozusagen dann der Datensatz gedroppt wird. Noch ein weiteres Thema ist, dass der Autoloader, wenn er das Schema nicht lesen kann und irgendwie da ein Problem hat, dann gibt es noch eine Spalte, die Rescue Data heißt. So hat man die Möglichkeit, falsch eingelesene oder nicht richtig eingelesene Daten später nochmal mit der Hand wieder zu säubern. Und in dem Fall möchten wir aber in unseren Silver-Layer keine Daten integrieren, die hier unter diesen Rescue Data fallen. In unserem Fall wollen wir die Datensätze, die jetzt hier unter Rescued sind, natürlich nicht einlesen, weil wir sind ja schon in Silber. Da kommen nur qualitätsgesicherte Daten an und deswegen werden wir auch diese Datensätze dann halt droppen und eben nicht weiter in den Silver-Layer laden. Hier gehen wir nochmal in den Table Properties an, dass es jetzt der Qualitätsstandard Silber ist. Hier gibt es auch nochmal einen Tabellenkommentar und wir lesen diese Daten einfach erstmal ein. Das gleiche machen wir jetzt auch für unsere Produkte. Auch hier setzen wir auf die ID, einen Constraint und auch auf die Schema-Validierung und geben ein Qualitätsmerkmal an und einen Kommentar für die Tabelle. Das gleiche machen wir auch für die Stores. Auch hier Key und den Schema-Constraint. Und hier bei der Sale-Tabelle, also unsere Fakten-Tabelle, da gucken wir nochmal, dass die Transaction-ID nicht null ist und dass die Store-ID nicht null ist, weil wir so dann den Sale-Layer nicht wirklich einem Store zuordnen könnten. Das können wir natürlich auch für die Customer machen. Und auch hier diesen CSV-Schema-Validation-Constraint, den setzen wir auch da drauf. Dann, das ist quasi jetzt auch unser Schritt in Silber. Hier passiert nicht wirklich viel. Wir machen keine große Transformation. Wir versuchen nur, die Tabellen und unsere Datenqualität vor allen Dingen zu verbessern und laden jetzt diese Daten erstmal in diesen Silber-Teil rein. Oder hier würde das dann jetzt gleich passieren. Und jetzt in dem Gold-Teil, da wird es wirklich interessant. Hier geht es jetzt darum, die SCD-2-Historisierung anzulegen und auch die Joints zu machen, um die Fakten-Tabelle zu erstellen. Bei der Time-Dimension, da müssen wir nicht viel machen. Die ist schon sauber. Wir brauchen auch keine Historisierung. Deswegen können wir die einfach über dieses Create-Table-Statement erstellen. Hier passiert nicht mehr viel. Im Grunde ist sie fast redundant. Aber man möchte natürlich auch in dem letzten Layer diese Dimensionstabelle, die ohnehin nicht wirklich groß ist, natürlich haben. Wo es jetzt wirklich interessant ist, ist in dem Gold-Layer, wo wir anfangen, die SCD-2-Historisierung durchzuführen. Hier am Beispiel der Kundentabelle mal. Wir haben die Möglichkeit, in den DLTs einen Begriff oder eine Funktion zu nutzen. Die nennt sich Apply Changes Into. Und hier geben wir an, wir wollen gerne eine Live-Tabelle haben, die DimCustomer dann in dem Fall heißt. Und das ist unsere Quelltabelle. Das ist der Stream. Also die Silbertabelle. Wir streamen die Daten in diese neue Tabelle rein. Und wir wollen diese SCD-2-Historisierung nach dem Customer Key tun. Wir wollen das sortiert haben nach dem Updated Date. Und wir wollen alle Columns haben, bis auf diese Rescue Data Column, die wir ja auch schon von dem Autoloader kennen. Und wir wollen das als SCD-Type-2 historisieren. Das Coole ist, dass Databricks uns die ganze Komplexität von SCD-2 wegnimmt. Und vor allen Dingen auch initiale Tabellen sich damit anlegen lassen, ohne lästige Loops, die wir anlegen müssen, wo wir durch einzelne Tage durchgehen müssen. Auch wenn verspätet Daten ankommen, ist DLT in der Lage, diese in die richtige Reihenfolge zu bringen und die Tabelle dann zu updaten. Das heißt, hier machen wir einige Upserts, bringen die Customer-Tabelle in eine SCD-2-Form. Auch für die Produkttabelle wollen wir das machen, weil sich Produktnamen oder Eigenschaften vielleicht ändern können. Und auch für die Stores gibt es eine SCD-2-Historisierung. Was kommt jetzt? Jetzt wollen wir natürlich unsere Fakten-Tabelle zusammensetzen. Ich hatte gesagt, normalerweise würde man das wahrscheinlich mit Surrogate-Keys machen. Aber wir joinen jetzt hier einfach mal direkt auf die Sales-Tabelle drauf. Wir legen hier wieder eine Streaming-Tabelle an, die nennt sich Fakt-Sales. Wir haben hier noch ein paar Constraints, die wir draufsetzen. Wir sagen, dass die Keys halt nicht null sein dürfen. Und wir geben hier auch wieder einen Kommentar an, dass es unsere Fakten-Tabelle für den Gold-Layer ist. Und wir selektieren hier die einzelnen Spalten, die wir dann später in unserer Fakten-Tabelle sehen wollen. Wir wollen natürlich irgendwie eine Transaktions-ID sehen. Wir wollen die Date-ID sehen. Das alles kommt aus unseren Joints hier unten, wo wir dann unterschiedliche Sachen dazu joinen. Das Interessante ist hier, das sind keine Streams mehr an der Stelle. Hier werden die Tabellen sozusagen in ihrem Snapshot, so wie sie gerade sind, gegen diese Streaming-Tabelle hier gejoined. Und da führen wir einen Stream-Static-Join durch. Das heißt, wir haben statische Tabellen. Das sind in dem Fall unsere Dimensionstabellen, wo wir die Infos holen zu den einzelnen Transaktionen. Aber die Transaktionen bleiben weiterhin im Stream. Das heißt, durchgängig über den Tag hinweg kriegen wir dann also unterschiedliche Updates. Bei den Dimensionstabellen sollte das ohnehin nicht so viel sein. Das heißt, wir machen dann Absurd. Danach ist die Tabelle auch nicht mehr Streambar in den DLTs, sondern ist sozusagen ein fixer Stand, der sich natürlich updatet. Aber dann, wenn neue Transaktionen hinzukommen, bleiben die weiterhin im Stream und werden gegen diese statischen Tabellen dann gejoined. Jetzt bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Wir müssen diese DLT jetzt in Produktion nehmen und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Das heißt, wir können hier oben, hatten wir ja so ein paar Befehle ausgeführt, einfach auf Create Pipeline gehen. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wo wir die DLT benennen können. Wir nennen sie einfach mal DWH. Wir sagen Advanced. Das ist Triggered Mode und es gibt den Triggered Mode und den Continuous Mode. Der Unterschied ist, Continuous heißt, dass die DLT eigentlich die ganze Zeit läuft. Die Triggered Version davon ist. Wir können diese über den Tag hinweg verteilt, zum Beispiel jede Stunde starten. Er verarbeitet die Daten, die neu sind und fährt sich dann automatisch wieder runter. Wir müssen natürlich hier unseren Notebook angeben. Wir können auch weiterhin zusätzliche Module hier noch hinzupacken. Wir müssen festlegen, wo dann diese Daten am Ende gespeichert werden wollen. Wir wollen sie natürlich in unserem Unity Catalog speichern. Wir haben hier so ein Databricks Demo Katalog angelegt und wollen das in das Default Schema reinschreiben. Cluster Policy haben wir jetzt nicht. Wir wollen aber kein Autoscaling, weil wir wissen ja, unsere Testdaten sind relativ klein. Das heißt, wir gehen hier auf zwei Worker und können eigentlich diese DLT schon starten. Jetzt sehen wir hier, dass unsere DLT angelegt wurde. Hier mit unserem Demo Account. Ich klicke jetzt hier mal auf Start. Dann startet sich diese DLT. Das dauert immer ein bisschen, um die Initial anzulegen, um die Tabellenstrukturen zu lesen. So, jetzt sehen wir schon den Graphen hier. Hat ungefähr fünf Minuten gedauert, um das aufzusetzen. Wir können sehen, was hier passiert. Also, hier werden gerade unsere Bronze-Tabellen geladen. Wir sehen, unsere Quality Constraints hatten wir natürlich nicht. Wir haben einfach die Daten erstmal eingelesen. Aber hier im Silver Layer haben wir unterschiedliche Quality Constraints angegeben. In dem Fall, die Custom-ID war hier scheinbar niemals null. Aber es gibt ein Beispiel, wo das so war. Und zwar hier bei den Sales-Tabellen haben wir ungefähr acht Prozent ohne Store-ID gehabt. Und deswegen wurden diese fünf Datensätze gedroppt. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, diese aufzufangen, um dann damit weiterzuarbeiten. Wir können hier das Schema sehen, was eingelesen wurde. Und wir sehen auch hier die Joins. Das heißt, wir sehen weiterhin, dass diese Tabelle hier gestreamt wurde. Hier haben wir ja einige Upserts gemacht. Das sehen wir auch, dass hier zwölf Datensätze geabsertet wurden. Hier 28. Und das sind unsere Static-Tabellen dann, die dann am Ende hier in dem Stream benutzt werden, um einen Join zu machen. Genau. Und dann haben wir jetzt schon unsere Fakten-Tabelle. Die Fakten-Tabelle ist weiterhin Streaming. Wir könnten jetzt natürlich auf die Fakten-Tabelle noch unterschiedliche Aggregate draufsetzen, wie zum Beispiel die Umsätze der Stores zu aggregieren und so weiter und so fort. Aber das soll es jetzt erstmal sein mit der Demo. Wir wissen alle, dass ein Data Warehouse in der Praxis deutlich komplexer ist. Wir werden sicherlich nicht mit dieser geringen Menge an Tabellen auskommen. Die Daten sehen nicht so gut aus und wir brauchen viel, viel mehr Joints und Aggregationen und Transformationen. Aber es sollte einfach mal zeigen, wie einfach es ist, mit DLT so ein Data Warehouse zu bauen. Wenn du jetzt noch mehr wissen willst zu Databricks und wie du ETL-Prozesse mit Databricks baust, dann schau dir das Video hier an.